Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Aber du musst versprechen, dass du nicht wegläufst. Versprich mir gut festzuhalten. Warte, was ist denn jetzt los? Komm, wir gehen zu den anderen. Jake, Miss Peregrine, ich bin höchst erfreut. Im normalen Sprachgebrauch würde man uns als besonders gut bezeichnen. Hugh, mach dein Netz runter. Da unsere Fähigkeiten nicht in die Welt da draußen passen, leben wir an Orten wie dem hier. Um uns zu schützen, erschaffen wir Zeitschleifen. Eine Schleife bewahrt die letzten 24 Stunden. Und man kann für immer hierbleiben. Seit deiner Geburt wusste ich, dass du zu uns gehörst. Es wird Zeit, dass du lernst, wozu du fähig bist. Aber ich bin ganz normal. Nein, bist du nicht. Deine Bestimmung ist es, uns zu beschützen. Wovor? Wir nennen sie Hollows. Sie jagen uns seit Jahrhunderten wegen unserer Kräfte. Ich verspreche dir, wir werden kommen. Du hast die Möglichkeit, etwas zu tun, das alles verändert. Versprich mir, dass du auf sie acht gibst. Ich verspreche es. Ich verspreche es.